Musik Hallo? Machst du ja Kevin hier ein Video oder was? Ah, dann mach ich das jetzt hier. Der ist gerade auf Toilette. Der macht immer Video an und dann geht er auf Toilette, ey. So, ich bin jetzt auf meinem Account. Und, ähm, hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich mach jetzt einfach hier. Sag dem Kevin nicht, dass ich hier einfach Video gemacht habe. Also, heute sind wir auf meinem Account. Und wir machen heute, ähm, Opening. Und ich hab noch mich mit die Lara, hab ich geschrieben, auf WhatsApp. Und ich spiel gleich mit der Lara. Brollstars. Und wir wollen so ein bisschen chatten im Brollstars. Wisst ihr, vielleicht machen wir noch Verabredung. Aber erstmal muss ich gucken, ich war länger nicht mehr im Brollstars drin, was es hier gibt. Boah, hier gibt's neue Sachen im Shop. Gibt die Bonny, Lola, Byron, Spielerikon und Edgar. Boah, wie viele Sachen sind das? Und gratis Pinpack. Oh, Boxer, wie der so klatscht, haben mich bekommen. Ich mach erstmal Kreta kurz Lukas. Weil ich muss mich... Wisst ihr, wenn ich gleich mit Lara spiele, dann kann ich die beeindrucken, wenn ich Bonny hab. Weil Bonny hat die bestimmt noch nicht. Ich kauf jetzt Bonny. So war's. Wir haben jetzt Bonny. Oha, wie cool. Ich geh mal direkt in eine Runde rein mit Bonny. Mal in eine Runde reingehen. Also, ich glaube, der ist voll cool, weil der ist neu. Und ich hab noch so gar nicht den ausprobiert. Hab nur gesehen, dass Kevin den gespielt hat. Was kann der denn überhaupt? Der kann ja so fliegen auch mit seiner Kanone. Was, lieben? Nur noch vier Leute? Ich hab noch gar nicht meine Ultimative gemacht. Hä? Er ist alle tot. Ultimative. Wow. Boah, ich... Ja. Hab ich kaputt gemacht. Ja, ist voll gut. Ich mach noch eine Runde. Aber gibt's hier noch irgendwas in den Shop, was ich... Boah, ich kann, wenn ich richtig gut bin, dann kann ich sogar auch Bonny Skin kaufen. Weil wenn Lara sieht, dass ich auch Bonny Skin habe, dann will die bestimmt mit mir... Mh... Sich mal treffen. Ich kauf jetzt Juwelen einfach. Ich sag Kevin das dann später. Der macht das eh. Sonst gebe ich den einfach die 10 Euro wieder zurück. Der soll... Der kann mir das doch mal schon geben. Oder was... Was meint ihr? Weil jetzt kann ich dann nämlich mal mit... Mit Lara mich dann mal verabreden, wenn sie sieht, dass ich Bonny hab. Jetzt mach ich nochmal... Mh... Solo-Showdown. Ich muss nochmal den Bonny einmal angucken. Herrscherin. Ob der Brawler auch gut ist. Okay, ich muss jetzt unbedingt diese Runde gewinnen. So schnell Boxer machen. Und ultimativer Sprung. Oh, wir haben einen Zuschauer. Ich hoffe nicht, dass das Lara ist. Weil jetzt dann muss ich Erster werden. Wenn ich nicht Erster werde, dann will Lara bestimmt nicht mit mir spielen. Hier ist Gefahr gerade, weil der Bär verfolgt mich. Oh, nein! Achtung! Noch drei Leute leben. Der ist auch kaputt. Nur noch einer! Nur noch einer lebt! Noch ein Spieler lebt. Wo ist der? Boah, ist bestimmt Lara, die zuguckt. Oder der Kevin, der gerade aufs Klo zuguckt. Ich weiß nicht. Mann, ich will den letzten finden. Ich muss den finden, dann habe ich alle getötet aus der Runde. Oh, da. Shelly. Oh, Shelly ist gut. Oh! Schuss! Noch ein Schuss! Ja, ich habe gewonnen! Boah, ich hoffe, es war jetzt Lara, die zuguckt hat. Oh, das... Lara ist online. So, ich habe jetzt Lara mal eingeladen. Ich hoffe, die nimmt an. Boah, da ist Lara in der Lobby. Du musst Lara mal schreiben. Hallo, Lara. Hallo, Lara. Ich hoffe, Lara freut sich, dass ich sie eingeladen habe. Hallo, Maxi. Ich habe dir gerade zugeguckt. Ja, ich habe gewonnen mit neun Brawler, Bonnie und Skin. Ja, das ist voll cool. Ich habe den Skin und Brawler noch nicht. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich Lara dem Brawler und den Skin schenken. Wollen wir mal eine Runde spielen? Boah, sie hat ja gerne geschrieben. So, und Lara ist auch aufs Bereich gegangen. Okay, jetzt müssen wir Runde gewinnen. Oh, das heißt, wir sind Juwelenjagd. Ich dachte, Brawl Ball. Okay, wir gehen jetzt noch mal in eine Runde Solo-Showdown. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt ein bisschen besser. Ich hoffe, Lara tötet jemanden da unten. Oh, nein, ich bin tot. Oh, Lara macht Kisten kaputt. Okay, sehr gut. Ja, Lara hat ihn getötet. Nein, er hat Lara kaputt gemacht. Ich muss jetzt den Danita töten. Oh, wir haben den Danita. Ja. Lara, töte ihn. Ja, wir haben gewonnen. Oh, sie hat Gigi Max geschrieben. Ich frage jetzt mal. Lara, hast du heute noch etwas vor? Ja, wollen wir uns treffen und ich schenke dir Bonny. Hoffentlich sagt Lara ja. Ja, das ist voll nett von dir, Max. Wann hast du denn Zeit? Oh, nein, das ist jetzt das erste Date oder so, oder wie man sagt. Willst du zu mir kommen und wir gehen spazieren? Ja, okay, ich komme vorbei. Oh, verdammt. Jetzt wird es ernst. Okay. Okay, gut. Bis gleich. So, hallo. Ich bin jetzt hier unterwegs. Ich treffe mich jetzt nämlich mit der Lara auf Spielplatz. und ich habe jetzt mein Bräustaus, also ich habe ein Geld mitgenommen und dann kann ich gleich der Lara Bonny kaufen. Und ich habe mich auch so mit meiner Käppi und so, habe ich mich auch so cool gemacht. Müsst ihr mal Kommentare schreiben, ob ich cool aussehe. Jetzt muss ich aber mal gucken, wo Lara hier ist. Hier ist sie mich. Oh, ich glaube, da vorne ist Lara. Kann ich jetzt noch nicht zeigen? Die schaukelt da hinten auf eine Schaukel. Hallo, hallo, Lara. Hallo, Max. Na? Kann ich mich hier hinsetzen bei dir? Wisst ihr, Lara sitzt hier gerade und die schaukelt auch. Weißt du, also erstmal, wie geht es dir? Mir geht es gut. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich habe ja geschrieben, ich möchte dir Bonny schenken. Ja. Also, magst du Bonny? Bonny ist richtig cool. Okay. Also, ich muss dann gleich dein Account einmal gucken. Dann kann ich dir Bonny schenken, weil mein großer Bruder, der Kevin, der hat gesagt, ich kriege 10 Euro, dann kann ich dir kaufen. Oha, das ist total nett von dir. Und auch total nett von deinem Bruder. Ja, zeig mir mal dein Bräuchstaff-Account. Okay, ich zeig dir. So, Lara, jetzt guck mal, da hast du die Bonny. 10 Euro. Aber du musst ja vor allem mal Kreta kurz Lukas machen. Weißt du, wie das geht? Kannst du machen vielleicht. Oh, liebe. Und jetzt mache ich, das Geld gebe ich dir dann gleich. Okay. Und jetzt, oder willst du das machen? Mach du mal. Oha, du musst jetzt Bonny einmal auswählen im Lobby. So, hat dir jetzt der Bonny gefallen? Freust du dich jetzt? Das ist total nett von dir, Max. Ich freue mich richtig. Ja, bitteschön. Danke. Ich gebe dir jetzt einen Kussi als Dankeschön auf die Wange, okay? Okay. Drei, zwei, eins.